Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu allen neuen Videos hier auf Super Gaming Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch über ein paar Sachen reden. In der Hinsicht, ich möchte gerne weiterhin wieder casten. Denn ich habe gemerkt, auf Twitch kam das sehr gut an bei euch. Und ich möchte auch gerne wieder Turniere erstellen. Das heißt, erstmal wieder zum Einen möchte ich ab Freitag 20 Uhr für euch casten. Das heißt, League of Legends. Das heißt, wenn ihr schon ein Team seid, super. Wenn ihr nur zwei oder drei oder ein Dude seid, kann man bei mir dann im Chat nach anderen Spielern mitsuchen. Und da kann man bestimmt auch dann euch wo reinsetzen und zusammen dann ein Team groupen. Elo ist in dieser Hinsicht egal. Denn es dient ja auch für euch da, dass ihr euch da verbessern könnt, die Gegner spielen und und und. Und ich wachse dann reich an Erfahrung zu meiner Stimme und dem Casten hinzu. Das war die erste Sache. Die zweite Sache ist, ich möchte auch Streamzeiten festlegen. Das heißt, es wird auch immer sein, dass ich so morgens oder 16 Uhr streamen werde. Das ist vollkommen random. Aber ich möchte auch generell so festlegen, dass ich so auf 20 Uhr streamen werde. Genau, ich möchte mir aber auch noch einen Discord-Channel errichten und einrichten und auch einen Twitter-Account neu einrichten. Damit ich euch benachstigen kann, wann ich gerne streame und wann neue Videos kommen. Und ihr könnt mir auch jederzeit noch mitteilen, was ihr gerne sehen möchtet, was verbessern werden soll und vieles mehr. Ja, genau, ich möchte auch weiterhin YouTube-Videos drehen. In der Hinsicht, coole Videos, Schwerpunkt, durchtrieben, durchgeknallt und witzig. Das heißt, in der Hinsicht, ihr habt ja die Fußball-Challenge gesehen, die war zum Beispiel wieder witzig. Oder halt auch in der Hinsicht, einfach mal ein bisschen Bobbycar, einfach so eine Brücke runterzufahren. Oder so, wie es bergab geht natürlich. Oder einfach so einen Abhang oder so. Das zu machen, kartenmäßig das so rüberzubringen. Sowas halt eben. Genau, was ich auch weiterhin auf Twitch machen möchte, ist auch so lange Let's Plays zu machen, die ich dann auch von Twitch da runternehme. Und dann halt bearbeite und euch einzelne Cuts sehen, beziehungsweise einzelne Teile dann auf YouTube hochmache, die dann cool bearbeitet worden sind und und und. Genau, ich hoffe, dass... wird euch gefallen. Wenn nicht, ihr könnt ja jederzeit eure Meinung dazugeben, was verbessert werden könnte, was ihr gerne sehen möchtet und und und. Puh, genau. Ich musste schon so oft neu anfangen, weil ich selber nicht gemocht habe, was ich da gerade gesagt habe. Das war's mit mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns heute dann um 8 Uhr live auf Super Gaming Live auf Twitch, liebe Freunde. Haut rein!